Wir sind gerade in Auckland City. Ich habe mir diese freshen Jacke gekauft und Mom hat die in Silber. Richtig nice. Wir sind jetzt gerade bei Burger Boy und haben Burgers gekauft und L&P. Geilstes Getränk ever. Und wir laufen heute noch ein bisschen rum. Heute ist unser letzter Tag in Neuseeland. Morgen zu fliegen. Ich bin so aufgeregt. Wir sind hier gerade in einem nicen Café. Alles klar. Günstig, Hardcore-Strand. Und hier gibt es so ein Eis, das ist in so einem Schoko-Becher, voll cool. Was sagst du dazu? Eine der Sachen, die ich in der Nähe liebe, man kann einfach quer über die Straße gehen. Einfach so. Es regnet jetzt übrigens. Ist ja fein. Oh, guck mal, da ist noch ein Henness. Gruß an dich, Hannah. Ja. Ist ja fancy hier. Leute, lauf mal einen Schritt schneller, ne? Ja. Guck, da ist ein Henness. 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 Ey. Und ein Starbucks-Coffee. Guck mal. Und es regnet. Hat gerade angefangen. Crazy. Crazy. Ich hoffe, ich bin nicht mehr klar. Okay, da unten ist alles nicht gut. Run. Go ahead, me go in. Sag was dazu. Äh. Halt. Nass. Das ist ein kleines Koppen. Die sind cool. Hey. Burger King. Yay. Hier in Neuseeland, das ist Herbst. Wainy. Oh, coole Blätter da. Yay, Blätter werfen. Hä? Ich finde deine Blätter toll. Ich habe die Volldäckung. Ich habe die Volldäckung. Halt. Hä? Bob, mich doch nicht, dass es jetzt regnet. Ich mag Regen. Nicht. Doch, ich mag Regen. Wirklich. Ich mag es mir schiesig. Ich mag es mir schiesig, aber nicht so hagelt so. Doch hagelt irgendwie schon über die Pfiff. Alles klar. Genau. Genau. Awesome. 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 Nein, du kannst es nicht. Awesome. Nein, du kannst es nicht. Awesome. Dann kannst du immer noch am Essen. Dann ist ja alles klar. Awesome. Es ist unser letzter Tag in Neuseeland. Es ist halb acht morgens. Und um viertel vor zehn geht unser Flugzeug. Und wir werden gleich zum Flughafen gefahren und dann geht es nach Finji. Und ich freue mich so. Das ist so toll. Wow, es sind schon so viele Menschen hier. Wie geil. Self-Service Backdrop. Ist schon witzig. Die sind schon ziemlich faul, die Neuseeländer. Oder? Wir machen jetzt Self-Service Backdrop. Ja, krass, oder? Personal sparen auf höchstem Niveau. Oh, das ist ja ein Ding. Haha. Haha. Ein ganzer Battlefield-Stand. Yay. Das Flugzeug ist so modern. Es löscht einfach alles in die Laut. Mega nice. Das ist nämlich mein bester Empfang live. Haha. Das ist alles aufwärts. Mach. Das ist ja eine gute Idee. Genau. Wie gut. Oh, wie gut. Das ist ja eine gute Idee so. Als ich das alleses Ende. Ich glaub, das ist nicht genau, was die Sache. Und das ist ja auch ein Ding. Sehr gut.